Denken wir, aber wonach wir uns wirklich sehnen, das ist unsere Jugend, die nie so gut gewesen ist, wie sie in unserer Erinnerung scheint. Deshalb wünschen wir uns so oft, wir könnten die Zeit einfach zurückdrehen. Alles wäre wieder gut, oder sogar besser, wenn wir nur die Chance hätten etwas zu ändern, vielleicht könnten wir dann sogar ein Verbrechen verlieren, bevor es überhaupt stattgefunden wird. Und so mancher wäre doch am Leben. Aber es bleibt immer bei der einen Wahrheit. Die gute alte Zeit. Sie ist in Wahrheit nie so gut gewesen, wie unsere Erinnerung uns einreden will. Wir sind nichts weiter als Opfer unseres Wunschlichemes. Müっていう Molchanes-Wunschleihite. Und deswegen tut es nur noch besser als Opfer unseres, aufkläden mancie